Ausschnitte aus der Generalaussprache hier beim linken Parteitag in Bielefeld. Und da zeigte sich mehr als deutlich, dass natürlich die Frage, wie gehen Russland und die Ukraine miteinander um und wie verhält sich Deutschland beispielsweise dazu, aber auch die Frage von Bundeswehreinsätzen im Ausland eine ganz zentrale Rolle spielen wird, wenn es mal zu möglichen Koalitionen der Linken kommen sollte auf Bundesebene. Auf Landesebene stellt sich diese Frage im Kern nicht. Und deswegen unter anderem ist es vielleicht ein kleines wenig, kein wenig leichter gewesen, dass Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt werden konnte. Vor gut einem halben Jahr mit ihm konnte ich sprechen hier beim Parteitag am späten Nachmittag. Herr Ministerpräsident, danke, dass Sie sich Zeit nehmen für Phoenix. Seit ziemlich genau einem halben Jahr sind Sie in diesem Amt in Thüringen. Was ist am meisten anders, als Sie erwartet haben? Eigentlich die Konzentration und die Kraft, die ich hintereinander weg hinein investieren muss, ist doch noch mal ein Stück mehr wie das, was ich schon als Oppositionsführer an Kraft investiert habe. Ich bin viel Arbeit gewohnt, aber jetzt muss ich hoch konzentriert meinen Tagesablauf exakt planen. Sie regieren mit einer Stimme, mit einem Sitz Mehrheit. Wie komfortabel ist das? Sehr. Weil das dazu führt, dass wir uns sehr genau darauf konzentrieren müssen, was wir mit drei Partnern auch gemeinsam durchhalten. Und es kann keiner auf dem Rücken des anderen versuchen, Landgewinn zu organisieren. Deswegen muss Rot-Rot-Grün auch zusammen gewinnen und muss mehr Ausstrahlung nach außen kommunizieren und auch leben wollen und auch ausstrahlen. Das ist jetzt Ihr Modell in Thüringen, da sind Sie die stärkste Partei in diesem Dreierbündnis. Wenn man sich das Ganze mal vorstellt, auf Bundesebene wären Sie ein kleinerer Partner. Wie könnte das funktionieren? Würden Sie das befürworten? Stehen Sie für einen Rot-Rot-Grün auch auf Bundesebene ein? Es ist immer so, dass man erstmal klar machen muss, wofür will man regieren und mit wem kann man regieren. Es bedarf Vertrauen der Akteure zueinander und es bedarf einer Grundübereinkunft, dass man an bestimmten Stellen Politik gemeinsam verändern will. Es kann nicht sein, dass man einfach nur eine formale Mehrheit schafft per Vertrag und dafür ein paar Posten kriegt. Deswegen ist die Grundfrage, die wir in Thüringen geklärt haben, drei Jahre vorher in Gang gesetzt worden über viele Vertrauensmaßnahmen und viele Politikfelder. Und im Bund kann ich das derzeit nicht erkennen, dass die SPD wirklich einen eigenen Kanzlerkandidaten zum Kanzler machen will. Diese Frage muss die SPD klären und meine Partei muss klären, welchen Beitrag will sie leisten, damit wir, ich will ein Beispiel sagen, bei dem Thema Arbeit und Entlohnung. Zum Beispiel durchsetzen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Arbeitsplatz. Ist ja mutmaßlich das nicht das größte schwierige Thema, dass diese drei Parteien kämen Sie denn überhaupt überein, eine Koalition bilden zu wollen, was sie möglicherweise trennt. Sondern das viel schwierigere wäre ja unter anderem die Außenpolitik. Da wäre ja möglicherweise auch Ihre Partei gefordert, vielleicht die eine oder andere Position, na sagen wir mal, zumindest zu klären. Ich höre immer, die Außenpolitik sei der zentrale Punkt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Außenpolitik ist ein schwieriger Punkt. Da bleibt aber die Frage zu klären, was wollen wir eigentlich sein? Wollen wir ein Land sein, ein Staat sein, das seine Souveränitätsrechte selber ausübt, dann bleibt die Frage, was wird in Rammstein derzeit an militärischer Strategie der Amerikaner gefahren? Also die Drohnenlenkung und ähnliche Geschichten. Ich sehe darin Statusverletzungen der Bundesrepublik Deutschland. Dasselbe ist bei NSUA, Abhörmaßnahmen, die von deutschem Boden offenkundig auch andere Nachbarstaaten und uns selber abhören. Und alles das sind Dinge, bei denen ich im Moment nicht erkennen kann, ob es Gemeinsamkeiten gibt der drei Parteien, die an der Stelle sagen, Schluss damit. Also sagen Sie anders als beispielsweise Gregor Gysi, dieser Tage in dem einen oder anderen Interview, sagen Sie, es gibt so viele unüberbrückbare Hindernisse, dass Rot-Rot-Grün im Bund eigentlich undenkbar ist in zwei Jahren. Schade eigentlich, dass Sie mir nicht zugehört haben. Ich habe eben deutlich gesagt, worüber wir reden müssten. Und wenn Sie es schon nicht verstehen, wie soll es dann mit der SPD werden? Die SPD müsste mit uns ja darüber in einen Diskurs eintreten und gesellschaftlich müssten wir mal darüber reden, wie viele tote Soldaten sind aus Afghanistan zurückgekommen und wie viel Frieden haben wir in Afghanistan dafür geschaffen. Und was passiert zur Zeit im Irak, in Syrien? Was passiert im Moment in der Auseinandersetzung von Rojava und in der Stadt Kobane, wo Menschen ihre Heimat verteidigen wollen? Wir in Deutschland tun so, als wenn uns die Flüchtlinge, die Jesiden und die Kurden nichts angehen. Und wir haben lange weggeguckt, als die IS nicht auf der Terrorliste stand, aber die PKK auf der Terrorliste stand. Und deswegen glaube ich, dass wir auch mit so vielen selbst eingeredeten Weltbildern, die immer so diese Feindbilder ganz einfach stricken, nicht weiterkommen. Ich habe deutlich gesagt, ich kann mir vorstellen, mit SPD und Grünen über eine Friedensarchitektur zu reden. Friedensarchitektur ist deutlich was anderes, wie einfach nur anderen Interessen hinterherzulaufen, sondern eigene Interessen zu definieren. Und ich bin ein Vertreter der Bundeswehr in Thüringen. Ich muss mich um die Bundeswehr in Thüringen kümmern. Aber ich sage, diese Bundeswehr hat in Kriegseinsätzen außerhalb der Bundesrepublik nichts zu suchen. Ich habe schon zugehört und ich habe große Teile auch verstanden, auch wenn Sie jetzt so skeptisch reinschauen. Die Frage ist aber, Sie haben ja auch innerhalb der Partei unterschiedliche Auffassungen. Und die andere Frage ist, gerade wenn Sie Syrien und IS ansprechen, die Unterstützung für die da Bedrängten und Bedrohten. Sie haben ja sogar ausgeschlossen, dass die mit Waffen unterstützt werden, damit sie sich selbst verteidigen können. Also auch da ist doch eine Diskrepanz zwischen beispielsweise SPD, Grünen und auch ihrer Partei, wo ich nicht sehe, auch wenn Sie sagen, wir müssen darüber diskutieren. Klar, wir brauchen eine andere Sicherheitsarchitektur etc. Trotzdem sind die Hindernisse doch da, auch jetzt erkennbar so groß, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass sie da zusammenkommen. Aber Sie wissen schon, dass den Peschmergers dann G36-Waffen gegeben worden sind. Die Waffen, die Frau von der Leyen gerade ausmustert. Mit denen Sie sehr zufrieden gewesen sind. Ah, Sie wissen das. Sie waren dort. Ich habe gelesen. Ah, wissen Sie, das ist das, was ich meine. Wir sagen, die Bewaffnung der Peschmerger ist in Ordnung. Dann kriegen Sie den Schrott aus der Bundeswehr. Und wir sagen, dass die, die in Kobane kämpfen, in Deutschland Terroristen sind. Das passt nicht zusammen. Und deswegen will ich es nochmal sagen. Die, die im Moment in Kobane als Verteidiger eingesetzt waren und die Leben der Jesiden verteidigt haben, stehen in Deutschland auf der Terrorliste. Und solange wir über solche Paradoxien nicht reden, solange habe ich wenig Neigung, über Außenpolitik als militärische Politik zu reden, weil am Ende sagen wir, okay, die Potentaten in Libyen und im Irak und im Syrien werden beseitigt von willigen Militärallianzen. Ich weiß nicht, ob wir nicht mehr Kraft bräuchten, über Friedensarchitektur zu reden. Und da sage ich als Thüringer Ministerpräsident, ja, zur Bundeswehr, aber als Bundeswehr, die eine Landverteidigungsarmee ist und keine Interventionsarmee. Herr Ramelow, Herr Ministerpräsident, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.